Hallo ihr Lieben, es wird Zeit für ein nächstes Exit Game. Ich habe es schon längst versprochen, der verschollene Tempel soll als nächstes von mir gespielt werden und ich möchte euch die Videos dazu veröffentlichen. Es gibt vier inklusive Puzzle. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich noch gar nicht gespoilert, wie es funktioniert. Ich möchte das quasi dann live vor der Kamera testen. Level ist Einsteiger und man muss auf jeden Fall Puzzlebilder puzzeln und die werden dann inkludiert in das übliche Exit Spiel. Kennen wir alle schon. Wer es noch nicht kennt, dies ist auf jeden Fall das erste Video, in dem ich dann das auspacke, kurz die Anleitung erkläre, wie es gespielt wird. Und können noch kurz ein bisschen reingucken, wie ich mich vielleicht auch mit dem ersten Rätsel beschäftige. Wer da nicht mehr gespoilert werden möchte, der guckt sich die restlichen Videos nicht an. Ich verlinke euch das Spiel auf jeden Fall in der Infobox. Wenn ihr auf meinen Amazon-Link klickt und das Spiel darüber bestellt, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Kostet für euch nichts. Ich mache da vielleicht so 50% Profit. Und, ja, bin ich nicht böse drum, fühlt euch aber nicht gezwungen. Nur so viel dazu. Ihr könnt das sonst wo kaufen, wo ihr das möchtet. Na, ich wollte es nur erwähnt haben, weil wenn man es nicht erwähnt, dann macht es erst recht keiner. Genau, dann kauft euch das Spiel, spielt das, guckt bei mir nicht wieder rein, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet. Ich habe auch einige treue Anhänger, die sich das Spiel kaufen, selbst spielen und danach bei mir reingucken, wie ich mich geschlagen habe. Das haben wir auch mit den Weihnachtskalendern schon so gemacht. Das war auf jeden Fall sehr cool, weil man sich dann auch ein bisschen austauschen kann, wie ist es euch ergangen und wie ist es mir ergangen. Genau, und für alle anderen, ich mache euch wieder eine Playlist. Die Videos kommen, wenn nichts dazwischen kommt, immer Samstag und Sonntagmorgen um 8 mache ich jetzt, weil wir haben Sommer, jetzt mache ich nicht mehr um 9. Ich versuche es immer um 8. Und genau, falls sich irgendwas ändern sollte, ich schreibe direkt unter das Video auch nochmal, wie die Uploadzeiten zurzeit sind. Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Videos es werden. Ich habe jetzt auch eine Weile lang nicht gepuzzelt. Ich war damit beschäftigt, mein drittes Buch zu schreiben und ihr wisst ja, wenn ihr mir ein bisschen folgt, ich habe noch ein paar andere spannende Sachen aktuell auf meiner Agenda. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Ich möchte puzzeln, ich möchte Exit spielen. Ich habe noch viele andere Spiele in meinem Regal. Ich habe jetzt auch ein neues Regal bekommen mit einem ganzen Fach nur für Exit. Es wird super. Und es sind bald Sommerferien. Ich bin ja Lehrerin und zurzeit ist viel los. Demnächst wird definitiv wieder mehr gespielt. Ich freue mich schon drauf. So, bis gleich, wenn ich dann auspacke und spiele. Hallo und herzlich willkommen zu der verschollene Tempel. Ich weiß, ich habe schon Intro gedreht. Tut es aber nicht zur Sache. Ich finde übrigens, es sieht einfach nur cool aus. Als Puzzle hätte ich das auch genommen. So wie es ist. Ich habe schon mal leicht gehört, dass man die Puzzle, die man hier puzzelt, dass man damit eventuell was machen muss. Ich hoffe ja nicht. Ich würde sie ja vielleicht, wenn sie gut aussehen, verhalten. Mal gucken. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, die Puzzlezahl ist übersichtlich. Ich nehme euch beim Puzzle nicht mit. Ich mache maximal schnell Durchlauf. Gucken wir mal. Das sieht hier auf jeden Fall alles schon mal sehr gut aus. Gibt es irgendwas, was wir beachten müssen? Oder wir gucken uns schon mal. Es gibt auf jeden Fall nicht diese üblichen Exitkarten, die grün, roten und die blauen. Sondern wir haben hier so wie Tagebuchseiten. Ist auf jeden Fall ein leichterer Indianer Jones Dschungelflair, würde ich sagen. Hier müssen wir dann sicherlich noch eine Art Drehscheibe bauen, würde ich behaupten. Ah ja. Hier ist die Drehscheibe dazu. Und, oh, Schlange. Was anderes Geheimnisvolles. Noch mehr Drehscheibe. Das sind insgesamt, also das ist die Grunddrehscheibe und die drei kann ich dann verdrehen. Okay, dürfen wir bestimmt gleich zusammenbauen. Dann haben wir hier noch durchsichtiges Papier, wo wir vielleicht irgendwas decherfieren können. Und unsere Anleitung. So, gucken wir erstmal hier. Infos für alle. Achso, jeweils 88 Teile pro Puzzle. Und ansonsten gefährliche Schatzjäger sind ins Büro des Archäologischen Instituts der Uni eingebrochen. Uiuiui. Euer Professor ist spurlos verschwunden. Ebenso ein Buch mit alten Aufzeichnungen über einen verscheunen Tempel. Jetzt heißt es schnell handeln. Ihr nehmt die Verfolgung auf. Euer Weg führt euch auf eine kleine Insel tief in einen Dschungel voller Rätsel. Findet rechtzeitig den Professor und rettet die sagenumwobenen Schätzen des Tempels, bevor sie den Räubern in die Hände fallen. Das ist übrigens auch eine meiner Traumstorys, die ich als Kind geliebt habe. Deswegen habe ich immer Tiger Team Bücher gelesen, weil da ging es ja auch manchmal in den Dschungel. Das werde ich sicherlich irgendwann in meinem Leben auch nochmal lesen. Auf jeden Fall, das hier ist fetter als die normalen Exit Büchlein. Da schauen wir uns mal noch gemeinsam die Infos an. Also für ein bis vier Spieler ab zehn Jahren. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Ich bin ja nur ein bisschen älter. So, schaut euch das Spielermaterial, die Puzzelbeute und Rätseldokumente noch nicht an. So, lest zuerst dies hier. Also, worum geht's? Schon wieder zu spät. Eilig hastet ihr über die Flure des alten Uni-Gebäudes. Euer Vortrag über indonesische Tempelanlagen war ein voller Erfolg. Das zu spät kommen wird dem Professor jedoch nicht gefallen. Ohne zu klopfen, stürmt er ins Büro der Archäologie. Doch begegnet euch ein wildes Chaos. Verstreute Bücher, herausgerissene Schubladen, umgekippte Stühle. Vom Professor keine Spur. Ein Blick zum offenen Safe gibt euch Gewissheit. Das historische Buch über den verschollenen Tempel wurde gestohlen. Über welchen verschollenen Tempel? Naja. Gerade wollt ihr zum Telefon greifen, da entdeckt ihr eine Notiz. Sucht nicht nach mir. Was geht hier vor sich? Hektisch beginnt ihr nach Hinweisen zu suchen. Das sollten wir doch nicht tun. Alles deutet auf Schatzjäger hin. Anscheinend haben sie gezielt nach dem historischen Buch gesucht. Da entdeckt ihr vier seltsame Scheiben, eingewickelt in Butterbrotpapier. Aha. Und darunter ein Zettel mit Koordinaten in der Handschrift eures Professors. Kurzerhand beschließt ihr, dorthin zu fliegen und den verschollenen Tempel vor den Schatzjägern zu finden. Vor den Schatzjägern zu finden. Mit einem gecharterten Flugzeug gelangt ihr auf eine kleine Vulkaninsel mitten im Indischen Ozean. Von dort führen euch die Koordinaten tief in den Dschungel zu einer geheimnisvollen Lichtung. Doch die Schatzjäger waren schon vor euch da. Im Gras findet ihr eine Akentasche, die mit einem lilafarbenen Schloss verschlossen ist. Lest euch aufmerksam die Anleitung durch, setzt die Dekodierscheibe zusammen und nehmt euch das Butterbrotpapier sowie den Puzzlebrotpapier. Dem Puzzlebrotpapier sind die, indem ihr Teile mit graublauer Rückseite ohne ein Muster findet. Dann startet ihr euren Timer und legt die geheimnisvolle Lichtung zusammen. Ah, wir legen uns die Räume zusammen, ist ja cool. Nur wenn ihr gemeinsam rechtzeitig alle kurz knackt, könnt ihr den Professor und den Tempel retten. So, hier sind Punkte, hier ist nichts, hier sind Striche und hier sind Kreuze. Aha, gut. Da muss immer keine Nummer drauf sein. So, das dürfen wir also zusammenlegen. Das mache ich gleich. So, eine Dekodierscheibe können wir gemeinsam zusammenbauen. Ah ja. So, Spielmaterial, das sind die Puzzle. Hier sind Rätseldokumente. Das sind seltsame Teile, ja. Genau. So, wir brauchen Stifte, Papier, Timer, Buntstift, Uhr, Schere. Kosmos Erklär-App, das sparen wir uns. Spielvorbereitung, legt die zwölf Rätseldokumente so aufgefächert am Rand des Tisches bereit, dass ihr die Symbole auf der Vorderseite erkennen könnt. Ich glaube, wir spielen uns dann sozusagen mit der Scheibe, wir lösen etwas, dann haben wir die richtige Zahl und bekommen dann eine Kombination und können uns dann je nachdem hier das Dokument raussuchen. Jetzt ist hier auch schon die Katze. Das ist die Amaya, die möchte jetzt wissen, was die Mama macht. Was macht die Mama? Oder willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Nicht jetzt. Willst du jetzt kuscheln? Das war aber ein kurzer Kuschler. Hast du alles erkundet? Nein. Also, die Teile darf ich schon mal, das darf ich alles lösen. Das machen wir auch noch. So. Die dürfen wir bestimmt noch nicht angucken. Also, der Größe nach. So. Oh, hier unten sind Zeichen. Oh, das ist ja spannend. Voll spannend. Es ist halt hier der Mississippi-Spiel, wo irgendwas in der Scheibe versteckt war. Da traue ich dieser ganze Geschichte überhaupt nicht mehr. Deswegen gut zu wissen, dass es hier irgendwas gibt, was da versteckt ist. So, und jetzt stecken wir das ja einfach zusammen, wa? Genau, also hier erspiele ich mir dann die Symbole. Und hier muss ich noch irgendwas mitkreuzen. Ach, das sagt dann vielleicht richtig oder falsch. Oh, jö, jö. So, Vorderungsseite. Es gibt keinen Spielplan. Es gibt die für Prüssel. So, und das hier werden wahrscheinlich die Rätsel, die Lösung sein. So, dann wird hier nochmal erklärt. Diese verschiedenen Puzzles. Ach, und uns wird immer gesagt, wann was. Also, wir dürfen auf jeden Fall die Scheibe benutzen. Das erste Puzzle und das Brot-Brot-Papier. Ansonsten steht uns aktuell noch nichts zur Verfügung. So, ein Rätseldokument da müssen wir uns immer nehmen, wenn wir auf der Dekodierscheibe einen Code eingestellt haben und dann die Symbole dabei rauskommen. Genau, und das habe ich mir schon gedacht. Ist der Code falsch, wird euch im kleinen Sichtfenster auf der Rückseite der Dekodierscheibe ein X oder ein Schloss in einer anderen Farbe angezeigt. Überprüft die Schlossfarbe und den Code auf der Vorderseite. Hilft das nicht weiter? Dann schaut euch das Rätsel noch einmal an. So, also wenn hier sozusagen schwarz ist, müsste das Schloss dann wahrscheinlich auch so aussehen. Genau, ist der Code richtig, dann ist das richtig. Gut, die Miezi möchte dabei sein. Gut, und Tipp 1, 2 und 3. Man muss auf jeden Fall gucken, welche Tipps man sich anguckt und welche nicht. Sind auf jeden Fall da. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt nicht länger drumherum. Ich mache jetzt einfach aus, puzzle zusammen und dann gucken wir uns mal an, was wir als erstes lösen können. Bis gleich. War übrigens der Witz in Tüten, dass ich dieses Video hier 3 oder 5 angefangen habe. Also, ich meine, bei mir geht es ja immer darum, habe ich das Gefühl, ich kann mich konzentrieren oder gar nicht. Aber, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber draußen wird es gerade dunkel. Wobei, ich finde, dass es um 5 noch nicht dunkel werden muss. Achtung, falls es gleich wackelt, die Katze ist jetzt hinter euch. So, falls sich irgendwer fragt, was ich gerade mache. Ich weiß ja nicht, ob ihr öfter puzzelt. Ich sortiere mir gerade die Randteile raus und dann puzzle ich sozusagen als erstes den Rand, damit ich auch einschätzen kann, wie groß das Puzzle ist und dann geht der Rest bestimmt ganz schnell. Bis zum nächsten Mal. Also, es ist auch schwer. Das hat länger gedauert als gedacht, diese popeligen 88 Puzzleteile, aber man hat ja quasi kein Referenzbild. Also, wir haben auf jeden Fall erstmal unseren Dschungel. Und wir haben das hier, soweit so gut. Also, das ist unser Bild. Wir haben hier diese coolen, typischen Brunestatuen. Hier unten ist die Tasche. Hier sind merkwürdige Zeichen. Hier ist ein Schwert, kann man noch mitnehmen. Schmetterling. Hier ist ein Affenkopf. Ein Elefant. Eine Schlange. Sieht ihr die? Ja. Und hier ist nur ein Schmetterling. Und hier ist auch ein Schmetterling. Und ein paar Knochen und viele Schmetterlinge. Und hier ist quasi vielleicht das Schloss, was wir heute... Ach, wir haben... Ah, wir haben mehrere Rätsel. Also, wir haben hier das Grauschloss zu lösen. Was auch immer wir dazu brauchen. Und wir haben hier das Blaue. Ich glaube, wir müssen uns mit der Tasche als erstes beschäftigen. Und hier sind übrigens Stiftsymbole. Stiftsymbole. Die Frage ist bloß... Das Zeichnen. Oder das Zählen. Hier haben wir ein Schwert und hier haben wir ein Knochen. Vielleicht müssen wir auch alle Knochen verbinden. Alle Schwerter verbinden. Und alle Dingsfiguren verbinden. Und wir haben das hier. Was man halt hier so auf diese Hände drauflegen kann. Oder auf diese Symbole. Wo habe ich denn hier... Genau. Hier sind die Fische. Seht ihr das? Fische. Ich lege das auf die Fische. Und... Sehe sonst aber nichts anderes. Das andersrum auf die Fische lege. Würde das bei rauskommen. Das wird auf jeden Fall nicht besser. Oder ich muss es auch auf das Butterbrot legen. Und dann zeichne ich die Figuren nach. Und dann lege ich das hier drauf. Und zeichne den Knochen nach. Oder die Knochen. Wir haben auf jeden Fall... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Knochen. Minimum. Und diesen Säbel haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Hier oben ist noch ein Knochen. So. Und... Diese haben wir eins, zwei, drei. Aber das würde ja bedeuten, ich zeichne die nur in diesem Bereich. Meinen die das damit? Wir probieren das einfach aus. Das Problem, was ich gerade noch habe, ist, dass das Butterbrotkapier ja nicht so groß ist, wie das ganze Puzzle. Heißt das, ich verbinde nicht alles. Man hat hier bei diesen Puzzeln auf jeden Fall, bilde ich mir eine ein bisschen weniger Anleitung, als bei den normalen Exit-Spielen. So, ich verbinde jetzt die Schwerter. Nur die, die wir haben. Oder... Ach nee, einen Kreis mache ich. Einen Kreis mache ich um das Schwert. Na, passt auf. Hier ist eins. Hier ist eins. Hier ist eins. Ich glaube, das werden ganz sicher. Das werden das irgendwie... Zahlen. Bin ich mal relativ sicher. So, haben wir irgendeins vergessen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mehr sind hier nicht. Gut, jetzt machen wir dieses Zeichen hier. Und da brauche ich die Knochen. Wo habe ich denn hier so ein Knochen? Hier ist ein Knochen. Ach nee, wir brauchen ja gar keine Zahlen wie sonst, sondern wir brauchen ja... Ist das ein Knochen? Ist das ein Knochen? Ist das ein Knochen? Hier ist ein Knochen. Wir brauchen ja Symbole. So, wundert euch nicht, dass das ein bisschen wackelt. Und ich fasse quasi immer unter das Stativ. So, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt was gesehen habt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Den, den habe ich, den habe ich und die zwei habe ich. Genau. So, und jetzt brauchen wir noch die Fische hatte ich schon. Ne, die Fische hatte ich noch nicht. Und hier müssen wir noch die Hunde. Also, da ist jetzt hier einer. Wie groß ist der denn? Ihr seid gar nicht dabei. Naja, durch meine Hand könnt ihr, glaube ich, eh nicht so viel sehen. So, hier ist einer. Dann müsste hier einer sein. Ja, genau. Hier ist einer. Ist aber eine 7. Es kommen aber trotzdem Zahlen raus. Ich dachte, ich muss. Ach ne, ich brauche die Zahlen und die Symbole. Ich nehme an, das ist vielleicht eine 4. Das ist eine 4. Das ist eine 7. Und das ist eine. Ne, nehme ich jetzt an. Ist der Fisch? Nein. Ach, so. Tada. Also, ich denke, das soll eine 4 sein. Das ist eine 7. Und das ist eine 9. Ergebnis ist cool. Hier sieht es ein bisschen unspezifisch aus. Ob hier irgendwas bei rauskommt, wenn die hier so im Bild verteilt sind. Aber das sieht erst mal gut aus. So, probieren wir mal unsere Scheibe. Und dann war es das nämlich auch schon für das erste Video. Ich wollte ja quasi nur ein Rätsel anteasern. Aber wir wollen ja gucken, was bei rauskommt. Also. Die Frage ist nur, wir haben dazu keine Farbe knacken. Wie ist das blaue Schloss? Ich gucke nochmal, gibt es hier irgendeine Anleitung? Was also erstes Schloss ist, was wir knacken? Wir gucken, wir versuchen das einfach. Weil hier sind ja auch die 3 Symbole drauf. Jetzt ist mein Finger riesengroß. So, also. Wir nehmen also die Farbe blau. Das ist diese hier. Und dann haben wir in... Ach nee, hier ist die Reihenfolge. Erst Hand, dann das, dann das. Also Hand war... Wo soll ich denn das wissen? Vielleicht meinen sie, dass hier jetzt die Hand ist. Und hier ist das. Und hier ist die Zahl. Das versuchen wir mal. Wir versuchen mal die Logik. Also Hand wäre die 4. Wir machen also die 4. Wir können natürlich auch die Größe der Zahl nehmen. Dann haben wir dieses Symbol, ist die 7. Und das Fischsymbol ist die 9. So. Und dann müsste jetzt hier hinten... Ist lila. Das ist nicht richtig. Dann versuchen wir es vielleicht in... Hm. 4, 7, Fisch. 4, 7, 9. Ach so. Das ist aber glaube ich das richtige Blau. Wir haben hier kein Lila. Wir haben nur Pink. Also hier finde ich das ist Blau. Und hier finde ich ist das Lila. Wie seht ihr das? Ich würde sagen, wir probieren das einfach aus. Was war das jetzt hier? Was hat sie gesagt? 4, 7, 9. Wir suchen jetzt einfach das. Dann gucken wir, ob das richtig ist. So. Wir haben... Ach, das ist gleich vorne. Dann wird es wohl so sein. Dann wird es wohl so sein. So. Wollen wir es jetzt noch öffnen? Ach, das erste Video ist ja ultra lang. Wobei ich hier sicherlich Timelapse machen werde. Oh, fantastisch. Das Schloss an der Tasche lässt sich öffnen. Wir waren auf jeden Fall richtig. Verrate ich es euch? Ich verrate es euch nicht. So. Ihr müsst dranbleiben. Ihr müsst im nächsten Video wieder reinschalten. Außer ihr drückt jetzt auf Stop und dann könnt ihr es euch durchlesen. Ansonsten würde ich sagen, dann lasse ich es sogar Spoiler frei. Für alle, die sich nicht spoilern lassen möchten. Und im nächsten Video gucken wir uns das Rätsel an. Was sich sicherlich... Ich habe Schmetterlinge gesehen. Hier sind tausend Schmetterlinge drauf. Das wird sich sicherlich noch auf das Puzzle beziehen. Ich bin gespannt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.